Seit 2010 revolutioniert eine neue Software den regionalen Lebensmittelmarkt in Frankreich. Der Gründer Ludovic de Beaurepaire war Programmierer und seine Schwiegereltern Landwirte. Er bemerkte, dass das Internet den Menschen, die auf regionalen Märkten arbeiten, helfen könnte und schuf Panierlokal, lokaler Einkaufskorb. Am Anfang konzentrierte sich die Software auf Online-Bestellungen. Heute ist es ein umfassendes Werkzeug für kleine und mittelständische Betriebe, um ihre Verwaltung, Logistik und den Handel zu organisieren. Außerdem sind all diese Dienstleistungen finanziell erschwinglich und an kleine Lebensmittelhersteller und Betriebe angepasst. Professionelle Qualität für wenig Geld. Neben den einzelnen Kunden bietet Panierlokal auch landwirtschaftlichen Verbänden und Gruppen von Lebensmittelproduzenten die Möglichkeit, Kosten zu splitten und die Software durch ein monatlich kündbares Abo zu nutzen. Manger Bio ist einer dieser Kunden und sie schätzen die persönliche Unterstützung bei der Anwendung des Programms sehr. Ludovics Team versucht, jeden Kunden durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Software zufriedenzustellen. Jeder Klient installiert die Software auf seiner eigenen Homepage und kann so in einem virtuellen Geschäft Online-Bestellungen anbieten. Dies ermöglicht neue, direkte Kontakte zwischen den Produzenten und Verbrauchern und kann Abgase- und Nahrungsmittelabfälle einsparen, da die Produktion immer genau an den echten Bedarf angepasst ist. Die Verwaltungssoftware erleichtert alle administrativen Aufgaben, schafft neue Aktivitäten auf Höfen und öffnet neue Märkte. Vom Bauernhof auf den Tisch durch das Internet. Das ist das Markenzeichen von Panierlokal.